Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Make-up, Entschuldigung, ein Make-off von unserem Rauch-Shooting, was wir jetzt gemacht haben. Viel Spaß dabei! So, jetzt checken wir mal die Lage ab, ob wir da bei den stillglöckten Preisen was machen können. Mit Rauch, mit viel Rauch, ich hoffe das wäre cool. Okay, schauen wir, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bom, ich sehe es. Tight. Das war's für heute. So, hinter mir verzichten sich die letzten Rauchladen. Jetzt haben wir sämtliche Rauchpumpen, die wir besorgt haben, verbraucht und mal ausprobiert, wie es funktioniert. Und ich denke, das wären richtig geile Fotos. Also, wir sehen uns bei der Bearbeitung oder beim fertigen Bild, wie auch immer. Ich wünsche euch was, bis später, tschau tschau. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt die Ergebnisse gesehen und die fallen euch rein. Uns, Daumen sind ursinnig gut. Lasst mal einen Daumen da, würde mich ursinnig gefallen. Und abonnierst meinen Kanal. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschau und auf Wiedersehen.